Was sagt der, gib ich dich soll? Außer hier. Wir haben ja irgendwie einen anderen Weg gezeigt gehabt, ne? Äh, wie soll ich denn da auch? Versteh ich nicht so mit uns. Ja. Fünf. Ja. Ich hör mir, ach komm, hier komm ich schlank. Ich bin ja hier auf dem richtigen Weg. Ah, sieht doch gut aus. Ah. Äh, ja dann speichern wir jetzt erstmal. Geben schnell. Quatsch. So. Das sagt mir jetzt so. Und das sagt mir noch, du bist verbitternd getret. Äh, nein. 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 Ich kann dann keine Waffe gezogen haben. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Was? Zwei gegen ein? Bisschen unfair. Aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee. Du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Ach du hast dich geteilt? Sehe ich doppelt oder was? Ich war mal ein Zwilling. Sieht man ja. Ich war mal ein Zwilling. Aber sie wollten sich noch näher. Und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationszyngs installiert. Und jetzt sind sie. Ja. Ich. Eine Person. Zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Ach. Kann man jetzt einfach auf die Fresse hauen? Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper. Wenn du das wissen willst. Teile sie mir. Also nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis Mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Oh dumm Ratze. Pfff. Okay. Ein Dreier mit dir selber. Na gut. Aber wir erhöhen den Einsatz. Bär. Für mich gar kein Problem. Also. Können wir anfangen? Ja. Zeigt mir was ihr drauf habt. Achso. Achso. Ich habe keine Ahnung. Gewonnen. Jetzt. Und du? Hast du genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Das ist nicht mein Bruder. Das bin ich. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Ja. Geil. Danke, Winn. Geil. Ja. Nice. Hat direkt geklappt. Können wir jetzt sogar unsere Schulden zurückzahlen. Hör auf mit dir selbst zu reden. Ups. Aus einer Neugierde. Könnt ihr eure Gedanken lesen? Nein. Dieselbe Person. Dieselben Gedanken. Wenn es so anders wäre, wäre ich auf Schizopil. Unglaublich. Schön, dass ihr es aus dem Zirkus in den Boxing geschafft habt. Haha, sehr witzig. Hey. Hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt vier linke Hände. Puh. Weg dich! Okay. Tschüss. Okay. Hier haben wir einfach unseren Gegner an. Kabuki. Das ist eine Überraschung. Wirst du das schon sehen. Hab gehört. Du hast diese 4 gegen 10 gegen vermöbelt. Gute Arbeit. Weiter so. Reden. So. Na gut. Haben wir das geschafft. Wie wäre ich denn sonst hier hochgekommen? Na ganz ehrlich. Können wir vielleicht irgendwie noch was an Loot rumliegen oder so? Interessant wäre aber scheinbar nicht. Oh. Okay. Ah. Was war denn hier? Nix. Schade. Habt schon gehoffn gehabt. So. Egal. Ich hab was krasses gefunden. Aber ne. So. Wir haben hier ein Ding. Da können wir jetzt. Äh. Was glaube ich. Ne. Genau. So. Kein touch das. Wie sie mit deinen Granaten killen. Das könnte schon mal fair. Gut. Haben wir das schon mal. So. Inventar. Wir haben ein bisschen. Was haben wir denn hier bekommen? Da haben wir auch noch mal alten Waffen ne. Die ich eigentlich verkaufen wollte. Stimmt ja. Oh. Wir haben eine coole Pistole bekommen. In blau. In blau. Was kann denn die Maschinen. Das. Okay. Da können die eigentlich auch weg tun. Die. Die. Die werde ich einfach mal. Recyceln wir die auch einfach mal. So. Was haben wir denn hier. Hier haben wir noch ein schönes Visier. Aber nix ne. So. Können wir hier auch etwas Visier auch noch drauf machen. Cool. So. Haben wir schöne Visiere. Unseren Waffen. Okay. Okay. So. Karte. Was haben wir denn noch so hier zu tun. Ist auch noch irgendwas. Was wir hier entdecken werden. Keine Ahnung. Karte. Aber ich könnte eigentlich auch da hinten hingehen. Und meine. Die Fahrräder. Äh. Fahrräder sag ich schon. Den Torräder nehmen. Das wäre wenn jetzt irgendwie was erscheinen würde. Was ist denn hier los. Los ey. Gesucht. Gesucht. Okay. Au. Ich hab den Bullen getötet. Ups. Ich hab den Bullen getötet. Ups. Jesus. Das wollte ich nicht. Wie? Ich hab einen einfachen Auftrag für dich. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake. Und ist ein gerissenes Aas. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Okay. Aber jetzt noch Blake hatte ein paar. Ah. Animals zum Schutz geholt. Okay. 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 Kannst du den dann hier schnappen oder was? Dann keine Waffe da hast du dabei. Okay. 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 Dann stehen wir so. Warum fehlgeschlagen. Ich hab ein heißes, hartes Geschenk für dich. Ich hab ein kleineshchen. Dann habe ich einen Kuss. Ich hab ein kleineshchen. Ich hab ein kleineshchen. Okay. Ich hab ein kleineshchen. so 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 naschenbecher wow ah voilà ja ich stecke ich stecke oder Santa oder 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 Okay. Jöme, 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 was haben wir denn hier haben schon was? Ah, Entschulden. Äh, bla 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 bla. Okay. Okay. Was machen wir jetzt alles? Wenn die Automaten irgendwie gehackt werden, dass man die einfach so gesund sich nehmen könnte. Das würde ich feiern. Oh no. Wo noch was? Wo noch was? Was versteckt? Was hast du mir gemacht? War noch ne Waffe? Okay. Verschwinde. Was war denn hier? Verlinken wir uns mal, weil da können wir uns noch mischen. So, ich brauche ne C und ne 5. Da, da, da. Fuck, ich hätte da weiter gehen müssen. Mist. Okay. Nochmal. Okay. Also nochmal. Ich brauche eine C und ne 5. Also C. Okay. Was denn? Schade. Wir haben jetzt ein Geld bekommen. Warte das Ding jetzt. War nix durch. Was haben wir hier? Beschlossen. So eine Kiste. Hier. Was haben wir denn da? Schauen wir mal. Ich brauche C1, E9. So, dann brauche ich... Äh... BD. Oh. Cool, dafür kriege ich dann Hackkombinen und sowas. Sehr nice. So, dann haben wir hier auch noch was zu hacken. Schauen wir mal. So, ich brauche 5 und dann noch eine 5. 5. 5 und dann... So. Es gibt aber wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass ich alle kriege, oder was? Äh... Da will ich hin. Frage, wie komme ich da hin? Eine Schaltplatte... Und hier soll noch was zu hacken, Alter. Was ist denn hier los? Dann kann ich nicht alles hacken. So, ich brauche D und dann... 5, 5... So, ich brauche hier nur einen. Aber ich habe einen Puffer. 5, 5, so und so. Fack. Geld und alles. Dann kriege ich, wenn ich das höchste habe, alles automatisch. Oh, guck mal. Noch gar nicht gelootet gehabt. So, wie komme ich denn jetzt hier rein? Hm. Noch mal Geld. Nice. Ah, komm, hier kommen wir hoch. Oh, das ist der Sprecher von Kevin Spacey. Okay, wir sind relativ voll. Jetzt können wir nochmal Intelligenz... Was? Hier. Franz von Drohnen, Max und Roboter mit einer Chance für eine Waffen-Mod oder einen Waffen-Aufsatz erbeuten. Gut, ich weiß es nicht. Äh, möglich ist die Session von seltenen Items. Wir machen den mal. Wir müssen noch Richtung Crafting. Das ist einfach ne... ...heiß Tür gewesen. Okay. Oh, du lebst noch. Ich behaupte mal... ...das Schwert ist viel zu overpowered. Außer natürlich sowas passiert. Oha. Sooo. Alles meins. So, ja. Wollen wir einschaffen? Die Musik geht noch ein bisschen auf den Sack. Dem geht's aber gut eigentlich, ne? So, neutral City... ...die Täter und sichere Beweismittel, ja. Ja, die will nicht ausgehen. Wurmer, wurmer. Wurmer, wurmer. Ich glaub, bei Dombra war doch nur ein Gegner, ne? Hier drin. Noch nicht. Ah, ich will alle Skills. Sooo. Was haben wir denn hier? Okay. Nix. Haare für Watson. Oh. Oh, herzlichen Glückwunsch. 9873. Warte mal, ey. Ich hab da noch ein bisschen Geld drin. Zack, zack. Nö. Wow. Dankespiel. Nein, doch, sie hat mich schon geschafft. Geil. Da fährt ich erstmal aus dem Spiel raus. Danke. Meine Güte. Warte bitte. Ja, ich warte. Ich hab gewusst, dass, äh... Geil. Äh. Wenn wir den Fehler einfach mal... Dann probieren wir das halt nochmal. So, ich hoffe, jetzt sind wir jetzt wieder an der gleichen Stelle. Und hoffentlich sind unsere Zeit noch da. Die Gegner sind alle schon tot. Ach, Manuel. Puh. Nö. 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 Die sind wahrscheinlich schuld, dass das Spiel so einen Zustand hat, ey. Die haben gesagt, das muss jetzt rauskommen. Wir müssen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Scheißegal, wie das Spiel aussieht. Also, ordentlich. Ich hoffe ja wirklich, dass wir jetzt bis Februar dann das Spiel hinkriegen. Und aber wenn wir dann wirklich so ein Spiel haben, was... Geil ist. Sag ich dann aber auch wiederum, dann hätten sie es einfach zwei Monate verschieben müssen. Das hätte dem Spiel viel viel besser getan. Ach, schon wieder. Ich hätte gerne diese Samurai-jacke. Was ist die eigentlich im Spiel? Kojira? Oder ist das da ein Spiel? Kojima? Ja, ich würde gerne weitermachen. Komm. Ich muss jetzt echt alles machen. Jetzt nochmal. Wow. Ich muss jetzt echt alles machen. Aua. Bist du ein Wichser. Bist du ein Wichser. Ich fahre dein Schwert. Ja. Ja, ich würde gerne looten. Dürfte ich das vielleicht? Dann halt so noch. Ja. Das ist ein normales Looten hier. Komm mal hier. Ja, nun doch. Danke. Okay. So, hier hat man alles, ne? Ja. Da sind wir auch hier oben hin. Money. Coole Waffe. So, hier kann man nochmal lesen. Zack. Aber blau. Und hier. Zack. Bis zum nächsten Mal. Ich fahre mal alle hier. Ich fahre mal alle Schallplatten aus. Ich fahre mal alle hier. Ich fahre mal alle hello. Ich kann euch diese scheiß Schallplatte nicht aufheben. Okay. So, das nehmen wir noch mit. Und über mir ist noch was zu hacken. Nicht? Ne. Ne. Erebar? Auch nicht. Ich dachte schon ich fall runter. Okay, ich sollte vielleicht mal jetzt speichern. Klingt das gut? Klingt glaub ich gut. Ich hab einfach mal. Zack. Und dann nicht hoch. Ja. Ja. Einen Leiter. Ja. Oh. Oh no. Haben wir dafür ne Fähigkeit. Gibt später Doppelsprung oder so. Dann kann ich das Ding. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja. Das geht schon mal nicht. Ja, danke Spiel. Danke, dass ich einfach rausgottifultiert werde. Wow. Danke dafür. Luke, kannst du dich leise bewegen? Ach echt? Sagst du mir auch noch mit R2 kann ich bei Waffen schießen? Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Ja, ich komm da nicht hoch. Schade. Alles wollen wir machen, ne? Danke für deinen Tacker. Wenn du einen Tacker hattest, den wollte ich haben. Ist wohl klar, oder? Ja. Okay, so. Was haben wir denn jetzt für ein Level hier? Noch einen Punkt. Oh. Wann da rein, ne? Intelligenz, Konstruktion. Was haben wir denn hier noch? Deine Gesundheit regeneriert sich langsam. Aber warum nicht unbedingt? Massive, cool. Schaden. Die Dinger kann man selber auch nochmal leveln, oder was? Was? Hm. Eingeschaltet. Oh. Dinger durch Exxoniliten Schaden um 20%. Lol. Boom. Ist auch noch eine Stufe 3, achso. Ah. Hier gibt es auch noch eine Stufe 3, okay. Achso. Okay. Jetzt verstehe ich das so langsam. Okay. Hier gibt es auch noch was. Für das Datenmining, so dass Zugangspunkte 100% mehr oder... Oder... Äh. Ist das ja auch mal. So. Hier können wir auch nochmal was machen. So. So. Hier. Wie möglich. 2... 8 Punkte wieder her. Ist auch natürlich nice. So. Hier ist auch noch was. Da will ich genau... Guck mal, jetzt können wir uns doch mal markieren. Willy. Was ist hier? Irgendwelche Empfehlungen? Ne. Ich verkaufe Essen. Keine Ratschläge. Mimimimimi. Wenn du dich weißt, was du essen willst, dann geh. Nicht mein Problem. Hast du keine Empfehlung oder was? Scheiße. So Drecks essen, ey. Ja. Was ist jetzt denn Essen? Da. Wow. Astronautenfutter. Geil. Gut. Tschüss. Oh. Da haben wir was aufgehoben hier. So. Was war denn hier? Ab 18. Spiele rein. Hi. Wollen wir spielen? Klar. Wollen wir mal ein Spiel spielen? So. Dann hier. Hat einfach immer so was hier umliegen lassen, ne? Hilft mir natürlich, aber es ist unlogisch. Weil ich finde, es ist auch so eine Welt, wo... Für diese Bevölkerungsart hier... Das unglaublich wichtig ist alles. Was haben wir denn hier? Spielzentrum? Haben uns hier so viele Spielezentren, nur wir dürfen kein einziges Mal spielen. Was haben wir denn hier? Ja, bevor wir jetzt nach das Spiel speichern. Weil... Wir sterben ja gerne. Okay. Jetzt zwei Gegner nur, oder was? Ne, drei. Er sieht mich sogar. Wo kommst du denn her? Cool. Bin ich ein bisschen überlevelt? Der schießt durch die Wand durch. Der schießt durch die Wand durch. Ist der gerade runtergefallen? Haben wir ja. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. So, wir gucken uns mal eben um hier. Hier eine Gefriertruhe. Warum? Na, okay, ja. Die haben echt viele High-End-Gefriertruhen hier. Kann man sich darüber Gedanken machen vielleicht? Den Normlauf habe ich nicht. So, könnte der jetzt da hochklettern und endlich nicht. Hat der... ...hat der... ...den Move gemacht... ...die ich hier gerade verkackt habe. Oh, springst du denn nicht? Ich kann auch noch was hacken. Tun wir das nochmal eben schnell. Zack. So, Wochen B... ...fünf und... ...dass laufen sogar nochmal. So. So knapp. So. Hier drinnen soll sich unser Beweis befinden. Okay. Ich habe wieder zu viel dabei. Okay. Ah, wieder mit einer Ausrüstung. So. Acht. Drei. So. Das war doch... Sieht wahrscheinlich optisch cooler aus, aber dafür nicht. Okay. Rächter. Besser. Sieht so dämlich aus, aber okay. So. Fünfzehn. Das ist jetzt eine deutsche Steigerung, würde ich mal behaupten. So. Was haben wir denn hier noch? Drei Hosen. Guck mal. Das ist so ein Komplettanzug, den ich eigentlich auch noch habe. Hier jetzt gerade oder ist? Oh. Ich glaube nicht als Komplettanzug, sondern wird falsch eingestellt. Oh ja. Kriegeschuhe. Die schützen einen ja so viel besser. Oh, warum ich jetzt die Einzel die ganze Zeit stehen habe. Verstehe ich nicht. Okay. Gut. Wir haben jede Menge neue Waffen. Oh. Oh. Hier. Ich würde mal sagen, das ist eine UMP, ne? UMP war das genau. So. Wir haben hier eine Schrotflinte. Sieben bis neun mal zehn. Acht bis zehn mal 40. Das ist, glaube ich, keller, oder, als die? Die zählen nicht. Sieht auseinander spaßt aus, ne? Upper life attack. Die hat da viel mehr. Ah. Ich weiß, warum die besser ist, Anführungszeichen. Weil sie mehr Munition hat, wahrscheinlich. Okay. Das war unser Kaumgewehr. Haben da vielleicht noch was? Viel zur Reserve. Ja. Oh, aber ich könnte mal Schaden mehr. Die macht doch weniger Schaden dafür. Ist der Schuss dort schneller. Mal probieren, ne? Unser Katana behalten wir natürlich. Aber ich muss immer noch, stimmt, ich muss immer noch hier was loswerden, weil... Und zu... Ja. Bis am... Ja. So. Äh. Stimmt. Kann ich jetzt einfach so hier das Visier drauf packen? Also wird das automatisch abgenommen? Scheinbar, ja. Ich weiß, ich habe neue Waffen bekommen. Stell dir vor, ich stehe. Gut. Wir haben 30.000 Geld. Nett. So. Viel Spaß dir. Hier. So. 15.000 Geld nochmal bekommen. Ui. Cool. 網 outs. Weird. meow Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020